Ach von neu... Naja ok, das ist KZ Verletzten aber... Und dort ist erst so... So nicht mal 5 Sekunden... Warte fuck... Das ist meine Kamera gar nicht... Ja meine auch... Dann will ich nicht dein Ziel... Waschen... Das Game ist so backen... Bei mir auch... Bei mir komischweise nicht... Ich seh nichts außer so ab der Hälfte... Links nur, nur die linke Hälfte... Ab hier wo ich jetzt stehe... Ich kann mich nicht mal bewegen weiter als hierhin... Magst du? Ja ich schon weil ich... Na ok... Ok... Weil wir bis wohl links kommen... Ist aber gut... Wir zeigen dass wir nicht recht sind... Hey warte mal... Können wir die von hier unten schon bis 7? Ja... Tatsächlich... Ja... Kommt's doch... Wie ist es für mich so ein bisschen... Blades please... Wie ist es? Ja... ... Wenn du... Nicht den Strahlen kreuzen! Nein, niemals. Oh, ich bin mit dem Stein. Boah. Hey cool, hier bin ich safe. Nee, doch nicht. Ich bin mit dem Strahlen kreuzen. Nein, nicht auf mich. Hallo? Was? Nicht sofort, Hans. Kommt ja schon. Danke. Ja. Ich merke nicht, dass ich nass bin, das Volk nicht. Ja. Ja. Deswegen. Ah, jetzt endlich. Jetzt selber ich machen. Hm. Ich würde sagen, die kann man wie wieder noch hinsen. Was ist das für Witz? Was ist das für ein Witz? Was hat das für ein Ping-Pong? Feuerball. Ich weiß nicht. Das ist doch geil Er ist gut Okay, lässt mich in Standing Der fühlt sich immer sein Leben auf Oh Ich probier mal was, aber da musst du auch treffen Wieso brenn ich immer? Diese blöde, blöde Steine to rescue Let's please 1, 2, 3 1, 2, 3 Ich muss jetzt nur treffen Geht doch Jo, wunderbar Wohl eher Aristocats Ja Ganz blöde Anspielung Aristostab Teleportieren Impischerstab Cool Resistenz gegen alle Elemente Uh Mach mich mal Feuer Das ist kein Feuer Aber du kannst dich auch nicht heilen, ne? Also das ist auch größte Scheiße Und auch das Wieso geht das? Das ist auch ein Element Mysteriös Hast du aufgerechnet? Ich mein... So geht's ja auch Was war das? Ein Stein Guter Punkt Guter Punkt Das ist mein Stab Kannst du vergessen Da musst du gleich nicht, äh, foksen Hm Glitch zum Morgengorn Aus den Minen Empor drangen Nachdem sie die Goblin Population ausgelöscht hatten Setzten sie sich ein neues Ziel Den Grafen zu finden Der sie zu Fafnir bringen sollte Nebel stieg aus dem fauligen Wasser auf Der Duft des Todes ließ sie im Innersten erbeben Ohne die beruhigende Anwesenheit von Vlad Waren sie ganz allein Und hatten Angst Um Gottes Willen ist das schnulzig Und auch scheiße vorgelesen Naja Ich war immer noch im Ladebildschirm So Weiß glaube ich, oder? Äh, ne Bitte? Im Kapitelchen können wir eigentlich schon noch morgen Ich möchte das schon so möglich noch zu Ende führen Eigentlich Na bis zum 12., hm Jetzt? In einer Sitzung? Ja Jungs ist verschlaufen Nein willst du denn nicht? Na, dann machen wir jetzt das so viel noch zu Ende Ende Süperleck Blodio Neba krimilekte röde 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 krüten Dann Joa Es wird nicht Machen wir noch weiter, ne? Das dauert nicht zu lange Wir müssen alle mit Hass durchforschen, ja? Und alle Gollums ignorieren Soweit es geht Okay, soweit es geht Ähm, Feuer? Nein Ja, Feuer Ja, Feuer Weld, weld Weld Redface Jo Geh Geh Chillt doch mal, ich muss mich heilen Nein, ich muss das Raumzeitkontieren zerreißen So, und jetzt haben wir soviel Gegner, dass wir nicht mehr unterpacken werden Ja genau Hol, hol mal noch ein paar Jo Jetzt müssen wir jetzt bloß 100 Stück oder so Und noch ein Boss Miniboss Ah, Leben Leben Leben? Leben Oh, ich meine, ne, soviel Leben wie möglich Lebt Verdammt Ähm Das ist, es kommt davon Was haben wir vergessen? Achter kommt noch was hin Ahne, es ist Schlamm Weil wir die Gegner noch nicht besiegt haben Macht keinen Sinn aber Okay Nein, ich habe es einfach nur ein kleiner Back Back in WV Jo Mann, doch, ich habe es gewählt, ich habe da hin teleportiert Ah, die Barriere wollen wie zu Die Barriere war zu Pyram Ja, ja Nämlich von den Sitzungen Klüren Pa Jo Wir halten Angelegen Die Drogen Steuern an der Kommand weben wo das geht sowas von Leben Oh Junge Bis auf die Bombe, die leben schon Die leben Ja, der eine Geist mich dann der andere Ey, lass mich doch, oh Gott Das ist zu schwach, einfach WE Ja, das tut's auch so, aber dann aktivierst du Oh mein Gott Hier ruht Andrea, was? Keine Ahnung Wie machen wir nochmal Fett? Soll ich dann auch fahren? Wasser, Stein, Läden Wasser, Stein, Läden Wasser... W, D, E Ne, Q, D, W Ah Yeah Sonderbar Einmal im Terminfeld Ähm... Frage des Tages, was haben wir jetzt noch zu holen? Das Schloss aufmachen Nee Hat doch, okay Ja Aber nicht auf diese Weise Gifftanz den Weg Natürlich Guck mal, das Schloss mit dir selbst nehmen, weil es vergiftet ist Logic Ja, vergiftet ist Ja Ernsthaft Sorry Nur ist langsam zu mir, wie ich manchmal hier mit Simon Ja, da kannst du mal sehen, wie ein Herfi das da ist Ich weiß er ist, ne? Aber es macht Spaß Ja, die und Markus auch Mhm Dein bisschen leitzes Buch Aber Ich mach's absichtlich Er hat uns was hier gemacht Das ist ein Unterschied Oh Ja, das kann witzig werden Wir sagen Leben Das war das falsche Leben Nachdem wir die, äh, unendlich spät ausgetestet haben Ausgetestet, ausgecheckt, meine ich Ein bisschen Leben muss sein, nachdem ich gestorgen bin Ja, das ist alles Halt ich auch selbst Das ist es, dass ich glaube ich, die einzige Stelle, wo überhaupt Lebewesen leben Traff eighty-ah Weil davor nur um Anfang, was ganz angekommen wird Holz ist nicht Ich, hol mal das Guck mal, ne? Ja, ja es gibt so einen Astralen Lebensraum ich glaub die Toten der Weckung Moment oh mein Gott ja ja oh ok wir brauchen nicht noch mehr Truppe das ist wohl die coolste Art zu gampfen mit Leben die ganze Zeit los der Art da hier so viel Leben du kannst nichts anderes ich bin ein Heilstrumpf das war es doch nun nicht mehr nun lebt Super und der ein Boss hat es so wenig Leben verloren ja weil wir die heilen die Zauberer sind keine Untoten ja schade aber zu viele Untoten um irgendwie den anderen zu kosten ok ich versuch jetzt nicht zu heilen aber ok 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 jetzt hab ich einen von den Gleitern aber es ich opfeuere mich ich bin grad ja ich kann nicht das läuft gut oh mein Gott da ja tot oh nein nur Regenwolke hör falschen das hast du gedacht alles jetzt können wir mit Leben arbeiten so ist das geil jo alles was was zur Hölle war das ein fail ach es danke was ist das denn ich könnte es aufheben ich könnte es aufheben ja ich hatte ein Lebensschild das ist echt kacke da gab es einen Toten er weckt Verbündete keine ok Mogulklinge ok können die uns ich glaube fast ja ich glaube fast ja nö es sind unsere russ 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 gebauten russ russ ja ja russ das ist richtig ziemlich oder wie die Sprache heisst Lebt, meine Freunde Ich sag ja immer, Medizin ist die beste Medizin Äh, ja Das sieht man jetzt Hilft dem Beidenfeld Oh, ist doch geil Ok, wieso denn jetzt so schon Hm Ja, das geht Die Zombies knabbern die Skelettern Was dort anzukommen ist, die Frage für mich Das könnte meines Zombies sein Ja, ich hab auch eine Frage gemacht Die werden immer wieder weg, irgendwie Hast du die grünen Spuren, die dir wehten? Äh, nein, du bekämpfst gerade meine Zombies Oh, ich bin lieber auf Du hältst Ja, ist ein bisschen Zombies Brauchen wir nicht Keine von denen Jetzt kannst du welche besperren Brauchen wir auch nicht Die helfen uns Ich weiß nicht Das ist so monoton Ja, aber effektiv Ja, okay Ja, okay, diese Waldkreaturen werden gehaltert Das ist ja unwichtig Erstmal Ja, schau mal her Oh, okay Oh, ok Oh, ok Ja, ok Ja Junge, die sind meine Zombies gegen sie du bekämpfst immer noch was ist das für ein fettes Stück Fleisch was ist das für ein fettes Stück Fleisch aber das ist wirklich schlecht das ist jetzt meiner was kann denn der nein, keine Ahnung wir gehen nochmal in Passive, Shift Mittel Passive ist Passive Passive Aktive meinte ich ja, wenn ich mit der Maus ok, war ne Passive uch hallo S ach ja, wir wollten ja durchfaschen ja nö, 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 nö weshalb auch nicht moor ist doch nicht zu glauben ich bin tot, egal die Dinge greifen genau und oh, da lebe ich wieder und da bin ich wahrscheinlich zu betroten ah, cool nö es halt so gut funktioniert ciao ja das ist ja ja, das ist ja